So, ist immer noch da. Na gut, gucken wir mal erstmal Kiste. Was haben wir da? Molotow Cocktail, Nahrung, Wurfmesser, alles mitnehmen. Nahrung bekommt sie, sie darf uns dann gleich füttern. Hört sich komisch an. Wir würden gerne hier auf den Schalter drücken und dann ist die Säure hoffentlich weg. Anschalten. Ausschalten. Sonst haben wir gleich eine Dampfe von denen, die aus dem Weg ist. Das da sieht aus, wie man sie mitnehmen könnte, aber ne. Ventil, ausschalten. Anschalten. Das ist jetzt komisch. Okay, dich wieder anschalten, obwohl du hast doch einen Löffel gesorgt, dass das Ding da oben aus ist. Weil weggemacht wurde. Wenn ich jetzt das Ding nochmal drehe, habe ich alle Möglichkeiten durch. Nö. Okay, gucken wir mal. Oh, gehst du. Noch mehr Pfeile, noch mal Munition, noch viel, viel, viel mehr Bandagen. Ich glaube, wir sollten nur noch nahe kämpfen. Du kriegst doch mal eine, du kriegst eine. Und ich will irgendwie nicht alles ihr geben. Also ich glaube schon, dass sie länger bei uns bleibt. Weil sie halt auch zu Group One gehört und hier auch eine Mission hat, genau wie wir. Der Opa war ein bisschen durch, da wusste man nicht, ob er geht oder bleibt. Aber ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit hier bleibt oder ob sie irgendwann später doch noch geht, weil sie Berichte erstatten muss oder was weiß ich. Also sie kriegt schon ein bisschen was an Zeug, aber nicht alles. Also nicht alles an Heilsachen zum Beispiel. Achso. Anschalten. So geht es natürlich auch. So und jetzt bitte raus. Panik. Panik. Ich will nicht sterben. Nicht so, nicht hier. Ruhe. Schluss jetzt. Bewahrt einen kühlen Kopf und achtet drauf, wohin ihr feuert. Schon schlimm genug, wenn die uns erwischen. Ich will keine Verluste durch Querschläger riskieren. Das ist ein sehr dobes Schlachtfeld. Die. 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 Ja. Der kommt definitiv bis zu uns. Acht. Rufisch kann sich da vorstellen. Schräg gehen. Okay. Also du schießt auf und. Und hat ein Level ab. Ähm. Du bekommst Genauigkeit. Genauigkeit. Ah ne. Genauigkeit und Lebenspunkte. So. Robitsch. Du stellst dich genau davor. Und haust mit der Axt drauf. Hm. Ich überleg gerade. Also mein Plan war eigentlich möglichst sich da hinzustellen im Weg. So. Dann drauf zu hauen. Dann rückt der nach. Dann rückt der nach. Und dann alle mit dem Flammenweifer zu erwischen. Aber man kann nicht alle erwischen. Er kriegt nur zwei Felder. Das heißt. Robitsch haut jetzt den mehr kaputt. Komplett kaputt. Und wenn die zwei danach rücken. Er besteht die beiden mit dem Flammenweifer. Was machen wir mit dem da oben? Der hat eine schwere Rüstung und kann Raketen schießen. Also keine sehr tolle Kombination. Die Pistole kam nicht so weit. Die da. Ne. Bei weitem nicht. Ich glaube ich lass den einfach näher rankommen. Da müsst ihr uns nicht erwischen können. Ja du nimmst bitte. Und wir können nicht übers Wasser schräg schießen. Das ist komisch. Gut. Gucken was der Hound macht unten. Da dürft ihr nicht so viel Schaden anrichten. Ja. Vier. Komm. Lachhaft. Gegenangriff. Haus kaputt. Sehr gut. Gleich noch ein Gegenangriff. Haha. Oh Bitch. So und dann rückt jetzt. Nein. 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 So war das nicht geplant. Du solltest nachrücken und dann Flammenwerfer unten. Okay. Axt. 20. Jo. Gib ihm. Du gehst. Da hin. Guckst aber nach. Achso. Der kann auch gar nicht rüber schießen. Ja gut. Der guckt nach da. So. Du. Ist nach da. Pistole hat eine Reichweite von drei Feldern. Wenn du dich da hinstellst. Eins. Zwei. Drei. Kommt es immer noch nicht an. Aber du könntest von hier aus. War das Ding feuerresistent? Das Klingending war feuerresistent. Der Raketenwerfertyp hier glaube ich nicht. Ich. Molotow. Nein. Wurfmesser. Nein. Ne. Komm. Nimm das stinknormale. Stinknormale. Gewehr. Kommt auch nicht so weit. Ja komm. Dann locken wir ihn hier ran. So. Du. Randa. Axt. So. Du. Randa. Betäuben. Verfehlt. Das ist nicht so schön. Stellt sich bitte dahin. Du. Hast keine Ahnung was du machen sollst. Du könntest Ovid schreien von hinten. Aber. Das würde mich ein wenig irritieren. Okay. Super. Aufbenden. Gegenangriff. Ne. Oder nicht. So. Der schießt jetzt. Was. Ja. Raketenwerfer. Axt wird immer bescheuert. Aber wenn jetzt geht er nach hinten. Das heißt wenn wir jetzt betäuben würden. Was ich hoffentlich jetzt hinbekomme. Ja. Dann kann nur er drauf schießen. Weil die anderen. Ne. Steht im Weg. Das heißt. Du gehst jetzt zurück. Ne. Ich hab keine Ahnung. Kann man dann vorbeigehen? Nö. Kann man drüber schießen? Nö. Man kann aber drüber werfen bestimmt. Er hat aber nichts zum werfen. Hast du was zum werfen? Du hast Wurfdolfe bekommen? Nö. Oh. Vorsichtig. Nicht Raketenwerfer und so. Ja. Keine Ahnung. Er wird jetzt wahrscheinlich drei Runden lang mit dem Baseballschläger draufhauen oder so. Ovid. Axt. So. Runde wenden. So. Axt. Vorbei. Und du. Hast jetzt zwei Runden Zeit was zu machen. Na. Pfeilenwerfer. Du brennst schon mal. Und der Boden auch. Ernsthaft? Was ist das? Ansonsten. Du hast es nicht mehr bedeutend. Ahhhh. Versuch. Bist du. Sehr gut. Brennen. noch mal 15 schaden also napalm brennt wohl heißer also ja tut es auf jeden fall in real life aber im spiel wohl auch das heißt du nimmst jetzt pistole was geht verbessers wartest noch mal 15 und der ganze abgebung aufgehört zu brennen rander und also es war ein bisschen verschwendung mit zweimal betäubungspfeilen aber ja schließen so du bist geheilt von ihr oder vorgekaut und gefüttert da 20 plus 3 wir sind wo ganz anders ich will aber und auch hier können wir nicht zurückgehen okay also notiz an selbst und euch man kann bei sehr vielen stellen nicht zurückgehen also guckt euch erst alles an aber wirklich alles bevor ihr irgendwo hingeht wo es aussieht als wenn es weitergehen könnte nach der kiste rüber zur treppe wir schaffen es nicht bis dahin vorher reißen die uns in stücke wir haben keine wahl okay warum soll ich zur treppe laufen da sind ganz viele gegner das ist jetzt komisch ich würde gerne auf die fässer schießen dazu müsste ich von da aus könnte ich es ich glaube der schießt raketen von da aus könnte ich es aber das gewehr wird auf keinen fall so weit schießen können naja außerdem würde ich niemanden erwischen das bringt nichts das heißt du stellst dich dahin und schießt auf gar nichts du du läufst einfach vor vielleicht denk mal wir kriegen gleich noch besuch von hinten irgendwelche elien verstärkungen zombie monster verstärkungen nichts zum werfen alles ok ok ohne wenden sind ja eh nur die ganz kleinen und es kommt keine verstärkung von da hinten obwitschflammenwerfer nö du nimm doch mal so eine granate kannst gleich zwei erwischen das war die falsche granate das war eine betäubungsgranate ich wollte eine sprenggranate ok lies die beschreibung von den sachen bevor du sie benutzt das wäre super genauigkeit 100% bitte so das heißt die stehen jetzt für fast alle anderen im weg du geh dahin geh dahin und messer den du geh dahin und nicht mit dem ding ins da nein da stinkt normalen Pistole auf den wo wird schläuft warte mal keine munition ja rumwenden na da kommt Verstärkung und du Messer Sphinx du hast auch noch richtige granaten du hast den Napalmwerfer oh wenn du nur einen Schritt ne doch wenn du da hinschießen könntest du was aber nicht kannst eh schade drei auf einmal ist sich echt gelohnt ich könnte das hier machen aber das wäre glaube ich ein wenig übertrieben so die Sphinx da Molotov oh so kann ich das machen ja mach mal du hast 18 Lebenspunkte du kriegst gleich 15 Schaden das heißt du hast noch drei Lebenspunkte über du kannst nichts mehr machen du gehst also weg ich frage mich gerade ob wir echt die Leiter erreichen die Treppe erreichen müssen oder ob wir grenzt Gegner kommen aber wenn wir jetzt unendlich kommen dann wäre das ganz schön eine Muni-Verschwendung so und du schieß bitte auf den so warum auch immer die Männer hier schreiend weggelaufen sind du stürmst dir jetzt einfach vor oh bitch na kann einer von euch noch zurückgehen nö so Sphinx tot Sphinx tot jo und ihre Brüste zucken das ist sehr komisch du schießt auf Sphinx du machst einen Schritt so zurück du hackst auf den 20 Schaden wow du bleibst da stehen du läufst da hin du läufst da hin dann warten wir einfach also er könnte jetzt schießen eventuell mit dem Gewehr aber die zwei und drei Lebenspunkte machen wir noch mit Nahkampfsachen mal aber kommt das ist auch SD das ja die der das 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 das